So manch ein selbsternannter Vielflieger scheitert heutzutage nicht nur bei jedem seiner Flüge immer mal wieder an den mittlerweile hochkomplexen, over-engineerten Faltmechanismen der Toilettentüren, sondern auch immer mal wieder an der Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum sich in der Nähe einer Toilette auch in einem modernen Flugzeug heute immer noch ein Aschenbecher befindet. Denn geraucht werden darf in einem Flugzeug ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Wozu benötigt man da also Aschenbecher? Ja, das ist eine Frage, auf die es tatsächlich eine ganz simple Antwort gibt und darüber sprechen wir heute mal. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Lass uns erstmal ganz kurz ein bisschen über das Thema nachdenken. Also wenn man hierzulande in ein Flugzeug steigt, dann hört man eigentlich immer irgendwann mal in der Ansage, dass das hier wirklich ein reiner Nichtraucherflug ist. Ist mittlerweile Standard. Und dazu hat man ja auch noch die ganze Zeit über dem Kopf neben dem Anschnallzeichen, das hin und wieder wenigstens mal ausgeht, ein dauerhaft leuchtendes Nichtraucherzeichen. Obwohl letzteres stimmt gar nicht mehr unbedingt. Denn ja, die meisten Verkehrsflugzeuge haben auch heute immer noch diese, man könnte schon fast sagen, klassische Kombination aus Nichtrauchersymbol und Anschnallzeichen. Und ja, die Piloten vorne im Cockpit haben auch tatsächlich einen Schalter für dieses an sich ja dauerhaft leuchtende Nichtrauchersymbol, sodass sie das Zeichen auch ausschalten könnten, wenn sie denn möchten. Aber in den meisten modernen Flugzeugen, beziehungsweise generell in allen Flugzeugen, mit denen man jetzt so zur Zeit unterwegs ist, Stück für Stück, wird dieses Nichtrauchersymbol immer mehr durch eine Aufforderung ersetzt, damit man ja nicht auf die Idee kommt, in den spannenden Phasen des Fluges nur aufs Handy zu starren. Ihr versteht schon, was ich meine. Auch das gibt es dann natürlich wieder in verschiedenen Ausführungen, als Schalter oder mit irgendeinem Automatismus dahinter. Aber in der Boeing 787 beispielsweise im Dreamliner. Dort findet man am Overhead-Panel, also bei den Schaltern über den Köpfen der Piloten, nur noch einen Drehregler für das Anschnallzeichen. Da gibt es kein Nichtrauchersymbol mehr. Ist aber auch alles gar nicht so wichtig. Solange es an der Kabinendecke über euren Köpfen neben dem Anschnallzeichen ein Symbol mit einer durchgestrichenen Zigarette gibt, solange leuchtet das definitiv den ganzen Flug über. Und dass man im Flugzeug rauchen durfte, ist übrigens noch gar nicht so lange verboten, wie man das eventuell vermuten mag. In den Vereinigten Staaten gab es erstmals ein weitreichendes Rauchverbot für alle Fluggesellschaften auf Flügen mit unter 6 Stunden Flugzeit vor ungefähr 30 Jahren. Bei der Lufthansa durfte man bis 1995 auf innerdeutschen Flügen rauchen. Auf allen Flügen wurde das Rauchen dann erst ab 1998 bei der Deutschen Fluggesellschaft verboten. Bis dahin hatte sich allerdings schon über Jahre, vor allem auf Langstreckenflugzeugen, so eine Art Übergangslösung durchgesetzt. Und zwar gab es Raucherbereiche in den meisten Flugzeugen, meist ganz hinten in der Kabine. Also es gab Sitzplätze, auf denen man rauchen durfte und Sitzplätze, auf denen man eben nicht rauchen durfte. Generell kann man sich aber schon mal ganz grob merken, dass so rund um die Jahrtausendwende spätestens das Rauchen an Bord eines Passagierflugzeuges nicht mehr gestattet war. Und das gar nicht unbedingt aufgrund von Sicherheitsbedenken, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Menschen an Bord aufgrund des Rauchens tierisch genervt war. Also es ging den meisten Leuten einfach auf den Sack und die wollten das halt nicht mehr haben. Das bedeutet, eine Sache, die man vielleicht schnell mal aus den Augen verliert, Flugzeuge, die zu dem Zeitpunkt in der Luft waren, als man noch rauchen durfte, fliegen logischerweise auch heute noch. Zumindest viele davon. Denn es gibt nur wenig große Fluggesellschaften, die kein Flugzeug in der Flotte haben, das bereits über 20 Jahre alt ist. Es ist also gut möglich, dass ihr auch hierzulande mit einer Maschine unterwegs seid, in der man auch schon mal rauchen durfte. Jetzt haben die meisten dieser Flugzeuge aber logischerweise nicht mehr dieselbe Kabinenausstattung wie noch vor 20 Jahren. Zumindest fällt mir jetzt gerade keine deutsche Fluggesellschaft ein, die seit über 20 Jahren bei ihren Flugzeugen kein sogenanntes Cabin Refurbishment mehr durchgeführt hat. Aber es ist halt durchaus möglich, dass man hin und wieder mal irgendwo auf der Welt mit einem Flugzeug fliegt, indem man dann in einem Sitz hockt, wo man noch in der Armlehne einen Aschenbecher findet. Weil in genau diesem Sitz, in diesem Flugzeug vor 25 Jahren vielleicht schon mal geraucht werden durfte. Aber auch mit einem solchen Cabin Refurbishment oder generell in modernen Flugzeugen findet man immer und immer wieder einen Aschenbecher in der Nähe der Toilette. Der ist halt da und der wird da auch höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile bleiben. Denn mit dem Rauchverbot an Bord von Flugzeugen hat man sich natürlich auch ein gewisses Problem gemacht. So manch einer raucht jetzt halt heimlich. Und das tun die meisten Leute nun mal auf der Toilette. Jeder weiß zwar, in jeder Toilette an Bord des Flugzeuges gibt es sehr empfindliche Rauchmelder. Und die werden auch nicht versteckt oder sowas, sondern die Dinger sind ganz leicht erkennbar, wirklich gut sichtbar, wenn man in die Toilette reinkommt und einfach mal so ein bisschen nach oben guckt. Gemacht wird das Ganze trotzdem, habe ich auch als Flugbegleiter mehrfach erlebt, auch auf der Langstrecke mitten über dem Atlantik oder sowas. Manche Leute machen sich da halt nicht wirklich Gedanken drum. Und wenn diese heimliche Zigarette jetzt erst einmal an ist, dann wird sie sehr viel schneller zu einem Sicherheitsrisiko als noch vor 20 Jahren, wo man diese Zigarette ganz bewusst geraucht hat und ganz bewusst in seinem Aschenbecher in der Armlehne ausgedrückt hat. Denn damit diese Zigarette jetzt auch wirklich heimlich bleibt, könnte man ja auf die, oder kommen ganz viele auf die Idee, den Zigarettenstummel einfach in den Abfallbehälter in der Toilette zu werfen. Wo soll man das Ding auch sonst unterbringen? Tja, und dort liegt nun mal meist eine ganze Menge mehr oder weniger trockenes Papier drin und das brennt halt wie Sau. Die Abfallbehälter an Bord eines Flugzeuges sind zwar immer aus Metall und auch immer mit einer eigenen Löschvorrichtung ausgestattet, ist wirklich so. Aber es ist schon oft genug zu Toilettenbränden gekommen, aufgrund der Tatsache, dass da jemand eine Zigarette reingeworfen hat. Und deswegen sind auch schon, das ist zum Glück schon alles eine ganze Weile her, aber aufgrund einer Zigarette sind schon Flugzeuge abgestürzt und Menschen ums Leben gekommen. Und da man es auch sehr gut riechen kann, wenn jemand auf der Toilette eine Zigarette raucht, diese Leute dann sehr oft erwischt werden und dann mit der Zigarette in der Hand dastehen und sich denken, naja, wo soll ich denn jetzt mit dem Scheißding hin? Na ja, aufgrund dieser Tatsache hat man eben noch immer auch in jedem modernen Flugzeug einen Aschenbecher in direkter Nähe zur Toilette, damit man das Ding dort ausdrücken kann. Das ist sogar vorgeschrieben und Flugzeuge, in denen die Aschenbecher aus welchen Gründen auch immer fehlen, weil die irgendjemand mal da rausgerissen hat oder keine Ahnung warum, die müssen tatsächlich auch erst einmal am Boden stehen bleiben. So ein Aschenbecher mit draufgeklebter, durchgestrichener Zigarette ist also gar nicht unbedingt ein Widerspruch in sich und auch keine Einladung, jetzt mal eine ordentliche Zigarette während des Fluges zu rauchen, sondern ist auch in modernen Flugzeugen einfach für die Leute da, die sich nicht an Regeln halten können oder sich nicht an Regeln halten wollen. Und das wird auch erst einmal genauso bleiben. Und übrigens, in den meisten Cockpits der aktuellen Flugzeuge gibt es auch heute immer noch Aschenbecher. Das liegt dann aber tatsächlich daran, dass das noch so ein Relikt aus alten Zeiten ist, denn die meisten Flugzeuge, die man heute am Himmel findet, wurden halt vor 30, 40 oder von noch mehr Jahren entwickelt und da durfte man auch im Cockpit rauchen. Heute darf man das nicht mehr, die Aschenbecher sind in den meisten Cockpits trotzdem halt eben einfach noch vorhanden, weil sowas wie ein Cabin Refurbishment oder sowas, das gibt es da halt gar nicht unbedingt. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die meisten von euch kannten sicherlich die Antwort auf diese an sich ja recht simple Frage. Für die Leute, die es nicht kannten, hoffe ich, dass noch ein bisschen was Interessantes mit dabei war. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Psycho Trill und an Thorsten. Vielen lieben Dank an euch beide für eure großzügige Unterstützung als neue Mitglieder des Kanals. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst uns! Bis dahin, lasst es euch! Vielen Dank.